Jetzt fahren wir mit dem Chickenbus zum Einkaufen. Der Chickenbus ist geschadert zum internationalen Supermarkt Rimpin. Fahrt kostet 40 Watt, zusammen ist ungefähr 1 Euro. Wir sind so ca. 6 Kilometer. Jetzt sitzen wir hier bei S&P. Da bin ich direkt neben dem Supermarkt. Aber mit Kleinigkeit S. Vorne ist das ein Riverside Hotel. Habe ich auch schon gewohnt. Da hinten ist der Nachmittag. Der Radfammer, der ich ja verstellt bin. Die grillten Lachs mit Wildreis. Die Dili ist soweit hier. Ich weiß ja nicht, was er ist. Das sind schon tolle Sachen hier. Ich kummer, dann mal. Da haben wir noch Chickencurry irgendwo. Da hier ist die Nudelkarte. Spaghetti. Prints. Chintesteak. Main dishes. Dann hier ist das Chickencurry. Da oben ist Hühnersuppe. Mit Molam drin. Ein, ja, ja. Kinoleck und Kuchen. Ja, 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 ja. S&P. Das ist der Lion Bakery. Genau. S&P Cake Studio. Roast Cakes. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab jetzt gelesen, dass die Stars alle Kokosnussmilch trinken. Ja. Ja, und dann meinst du bist auch Star, oder? Ja, ich bin ja schon einer. Wir dürfen ja nur Stars trinken. Ach so. Dann sind die ja hier in Thailand alle Stars. So ist es. Ja, und die trinken die Kokosnussmilch aus der grünen Kokosnuss, wenn die noch gar nicht reich ist. Ah, ja. Dann hat die auch keine Kalorien. Madonna trinkt das auch. Keine Kalorien, aber ist eine ganz andere Geschmacksexplosion, als wenn man nur Mineralwasser trinkt. Und hat keine Kalorien, ist aber süßlich. Guck mal, da ist ein Metterling. Metterling? Ja. Ah ja. Da hinten am Geisterhäuschen. Roter? 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 Ja. Schade, der ist weg. So, das ist mein Seelachs mit Curry und Wildweiß. Die hat auch nichts. Einkaufen. Hier gibt es einen guten Wein. Whisky. Ketchup. Öl. Bertolli. Extra. Alle Sorten Öl. In der Bäckerei. Ob die Heilung steht schon in Weihnachtsbaum. Leuchtet. Oh, 3-2. So, eingekauft haben wir. Wir nehmen nur die beiden Tötchen mit. Wurst und Käse. Die Video holen noch Geld ab. Da ist der Talk of the Town. Nein. Nehmen Anfestenbeckert. Da packst du solche Krönchen wieder für Le Carton. Das kann man in den Fluss setzen. Was haben wir denn am schwarzen Brett? Auto. Holz. Hartmann. Und Rollkanton.